so jungs hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wie ihr seht wir sind jetzt an so einer brücke und ich hatte eigentlich heute vor zu angeln und das werden wir jetzt eigentlich auch machen ich werde euch mit brot anfüttern wir wollen probieren mit schwimmbrot zu angeln wenn euch das video gefällt oder so was gerne auf jeden fall ein like da würde mich total freuen dann geht es auch gleich los so jetzt sind wir hier unter der brücke tut mir leid wenn es jetzt ein bisschen lauter ist wegen den ganzen geräuschen und autos und so ich hoffe ihr könnt mich gut verstehen ja das ist mein angeln mit der ich heute angeln werde dann habe ich hier noch so eine relativ alte rolle die ist schon ein bisschen verrostet das müsste eigentlich gehen ja die montage ist eigentlich wie folgt ja wahrscheinlich hat einen relativ großen haken ja genau dann haben wir hier was hier wo so wo so den wirbel mit noch eine perle dran und noch weiße gummiperle genau und das war es dann eigentlich auch schon so sieht der kanal sozusagen aus ist der michael kanal eigentlich vollkommen ok aber ja es geht da kommen schon ein paar blöberblasen drauf da ist vielleicht ein fisch weiß nicht ob man das richtig sieht auf der kamera mal gucken ich zeige euch mal was ich so dabei habe bis gleich so jungs das hier habe ich alles dabei also einmal so ein bisschen also so hock pellets mit honey geschmack also hier hock pellets 12 mm die werde ich aber nur zum futter benutzen die habe ich schon mal benutzt genau dann habe ich hier noch ein Brötchen ganz normales wird wahrscheinlich auch ausreichen noch ein Brötchen und dann noch mal zwei Toast und jetzt werde ich erst mal kurz anfüttern bis gleich so Jungs da kommt jetzt gerade erst mal ein Schiff lang ich hoffe dass es jetzt nicht so rauscht weil es ist relativ blindig gerade mein Alter kommt gerade erst mal ein Schiff lang aber ist egal wir werden probieren hier in der Sonne ein bisschen zu angeln ja dann würde ich sagen frischere ich mal gucken ob ich dann vielleicht gleich in frisch Zeit nehmen wir uns wenn ich vielleicht eingefangen habe mal gucken vielleicht nehmen wir auch noch was anderes auch ja bis gleich so Jungs also mein Fahrtief für heute ist ja wenn jetzt zwei stunden hier nichts gebissen manchmal hat man so ein bisschen Fische aufsteigen sehen manchmal auch nicht als ich hochgeholt habe meinem Köder hinterher schon gesehen aber keine wirklich also man hat nicht wirklich Fische richtig doll gesehen ähm ja Kanal ist vielleicht auch nicht das Beste dafür bin ich jetzt mal hierhin gefahren weil es von mir ist und ja habe ich mal gemacht ist eigentlich ganz witzig eigentlich gewesen war ich dann noch ein bisschen halt mal ein bisschen gut falls es euch hobschen gefallen hat lasst gerne ein Like und ein Abo da würde mich auf jeden Fall total freuen ähm und ja äh weg gleich noch ein Tutorial aufnehmen und wir sagen Ciao bis zum nächsten Mal